Hallo liebe Leute, hier habe ich von Amozo eine Frischhaltedose zum Testen bekommen. Der Deckel ist aus Edelstahl, ist aus ganz dicken Edelstahl, also kein billiges dünnes Edelstahl. Ringsrum ist das Silikondichtung innen drin und das soll dicht halten. Und vier Verschlüsse sind da auch links, rechts und vorne, hinten und damit es richtig festhält. Und das habe ich auch getestet, mit Wasser reingefüllt und es hält wirklich sehr, sehr, sehr dicht und da kommt kein Wasser raus. Das Glas ist wirklich sehr dick, muss ich ehrlich sagen, es ist ein bisschen schwer, aber dafür ist das Glas sehr, sehr hochwertig. Also es ist dicker als was wir zu Hause jetzt zur Zeit haben und die Verarbeitung ist sehr gut. Also keine scharfe Kanten, es ist auch sehr gut verarbeitet worden, abgerundet worden, die ganzen Ecken und Innen und Außen. Und die Deckel verschließt sehr, sehr leicht, also mit einer Hand kann man das auch machen. Also man muss keine Kraft aufwenden und wie gesagt, das hält wirklich dicht, also Wasser kommt da 100% nicht raus. Und ich werde das mit 5 Sternen und ist zu empfehlen.